Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Es ist Freitag, Handelstag Nummer 5, kurz vor dem Wochenende. Gestern ging es ja im Euro-US-Dollar ordentlich zur Sache am Tag der EZB. Gucken wir nachher gleich mal drauf. Heute geht es ein bisschen mehr um Indizes. Ich habe gestern in den Indizes ein paar wirklich schöne Situationen gesehen. Mal so ein bisschen abseits von den großen Indizes, in denen wir immer hier unterwegs sind. Das heißt, wir gucken heute mal auf ein paar kleinere Indizes verglichen mit dem aus den USA oder auch aus dem, was wir hier jeden Tag im DAX sehen. Nein, wir schauen heute einmal in die Indizes vom australischen Aktienmarkt, vom spanischen Aktienmarkt und wir gucken mal wieder in die Schweizer Indizes rein. Allen Live-Zuschauern hier auch einen guten Morgen und die Einladung Rolf Lüttger hier auch live dabei. Wer eine Frage hat, wer gerne mal einen Wunschschart analysiert haben möchte, nicht scheu sein, bitte direkt in die Chats hinein auf GoToWebinar oder in Facebook. Und dann kann ich sehr, sehr gerne auch auf die entsprechenden Märkte eingehen. Zuvor allerdings hier der wichtige Risikohinweis, den bitte ich in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Wiesen und CFDs auf Margin, der kann auch zu Verlusten führen. Ja, dann machen wir, würde ich sagen, Standardgeschäft hier, morgendliche Marktvorbereitung, bevor wir dann die Nachrichten für die Folgewoche checken, die großen Charts mal in den genauen Fokus rutschen und wir dann mal auf ein sehr, sehr wichtiges Buch für Trader schauen. Das war auch ein Wunsch einer unserer Zuschauer hier. Solchen Dingen komme ich natürlich auch sehr, sehr gerne nach. Was sind die heutigen Themen? Ich hatte es schon anklingen lassen, die heutigen Handelsideen, der Wochenausblick, die Analyse der großen Indizes. Und dann, wie immer, der Know-how-Part. Schauen wir auf die Tagesnachrichten für heute. Heute gibt es um 11 Uhr den IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland. Spannende Sache. IFO ist immer wichtig, das Thema der Geschäfte hier in Deutschland. Das bewegt in der Regel auch die Märkte. Zumindest dann, wenn es auch Überraschungen gibt. 14.30 Uhr bekommen wir dann aus den USA den Auftragseingang für langlebige Güter. Und um 16 Uhr am Nachmittag dann auch noch die Verkäufe neuer Häuser. Das sind die wichtigsten Sachen hier im heutigen Tagesverlauf. Bitte auch nicht vergessen, wer andere Währung tradet, immer auch auf die anderen Märkte mitschauen. Ich kann auch gleich mal zeigen, wie das Ganze geht. Da können wir uns mal kurz, ich schaue gerade auf den dritten Monitor hoch. Ich hole mal eben hier Investing runter. Gucken wir mal eben kurz auf die Nachrichten drauf. Also wer sowas auch machen möchte hier. Es gibt im Internet genügend Zeiten, wo man das auch nachschauen kann. Ich zeige hier einfach das Beispiel mal an Investing.com. Da gibt es hier bei den Nachrichten den Wirtschaftskalender. Und da können wir bei den Tagesnachrichten beispielsweise hier einfach mal anklicken. Okay, wir wollen jetzt hier noch beispielsweise, wir hatten es ja gesehen, die Schweiz. Die haben wir heute mit da. Und dann können wir hier einfach auf Anwenden klicken. Und dann können wir hier noch die Relevanzen mit einstellen. Einfach einen Klick drauf machen und schon wird das Ganze geladen. Und da sehen wir, ob es denn heute hier etwas gibt aus den Schweizer Nachrichten. Und da sehen wir, heute gibt es da nichts. Und das ja an dieser Stelle einfach für alle ganz normal zum Nachschauen. Einfach hier in die morgendliche Routine oder in die klassische Trading Routine das Ganze einfach noch mit einbauen. Dann gehen wir einfach mal direkt rein in die Charts, die wir hier haben. Wir starten hier, ich habe es gerade da, mit dem Schweizer Index. Warum auch nicht? Wir haben ihn gerade auf dem Schirm. Wir hatten vor ein paar Tagen schon mal über den Schweizer Aktienindex gesprochen. Da gab es eine interessante Situation hier in diesem Bereich um dieses Hoch hier drüben rum. 8.860, 8.900 Punkte hier drüben. Das war eine interessante Marke. Warum war das interessant? Hier hat es untergeordnet kurz diesen Erholungssacken gegeben. Dann hat sich hier das grüne Trendline gebildet, das in seiner Bewegung ganz ordentlich auch nach oben gelaufen ist. Und jetzt sehen wir das, was schön zu sehen ist. Wir sehen eine Korrektur. Die Korrektur sehen wir hier in einem leichten Abwärtstrendkanal. Und je nachdem, wie sich die Märkte verhalten, wird es entweder etwas Korrektur nach unten geben oder aber wir schieben oben raus. Das Thema der Korrektur nach unten, da ist ja immer auch sehr, sehr wichtig, wie weit kann es denn erstmal nach unten gehen. Da gibt uns der Markt immer mal so ein paar Anhaltspunkte, die wichtig sind. Wichtige Marken hier auf der Unterseite selbstverständlich. Der Ausbruchsbereich hier, wo der kleine Trend entstanden ist, beziehungsweise hier, wo wir über dieses Hoch, dieses Korrekturhoch, von diesem Abwärtsschub gelaufen sind. Das ist ein Testbereich. Da läuft der Markt gut und gerne mal ran. Wenn es tiefer läuft, wir sehen es hier. Wir haben hier noch ein paar Tagestiefs unten ran liegen. Und dann natürlich hier den Trend-Support um die Marke von 8.725 Punkten. Das, was wir hier sehen. Und diesen Trendkanal, den wir hier sehen, den gucke ich persönlich mir immer liebend gerne in der Stunde an, weil da sehen wir mal, was die Trends machen. Und da sehen wir auch schön die Umkehr. Um das Thema Umkehr aus einem Trend raus, beziehungsweise aus einem Kanal raus, hatte ich ja diese Woche auch schon mal was zum DAX gesagt. Wir gucken dann nachher auch im DAX, was es hier Schönes gibt, wie das Ganze dann auch mittelfristig angepackt werden kann. Das machen wir aber nachher zuvor hier noch einmal in die Stunde hinein. Und in der Stunde sehen wir hier, es ist der Abwärtstrend, der hier momentan läuft. Hier sind wir jetzt quasi mal in einem Bereich, wo so ein Zwischenzacken war. Aber wir wissen halt, hier oben ist diese Abwärtstrendlinie. Da müssen wir drüber. Wenn wir hier oben drüber laufen, nehmen wir auch den Trend raus. Das heißt, das hier dazwischen ist ein Zwischentrend, ein Zwischengewackel. Das ist natürlich immer gut, wenn der Markt hier kurzfristig drüber läuft. Weiter sieht man, dass das Ganze auch zwischenzeitlich wieder deutlich Tendenz nach oben bekommt. Und hier müssen wir dann einfach noch schauen, was macht denn der Markt an dieser Hochlinie, wenn ich das mal kurz hier etwas mehr ranziehen kann. So, hier haben wir ungefähr diese Hochlinie. Wie verhält es sich darüber? Bricht das raus? Setzt sich der Trend vor? Das sind dann die wichtigen Sachen, die wir an dieser Stelle sehen und wissen müssen, um zu entscheiden, ob es jetzt für unser Setup aufwärts oder eher abwärts gibt. Das heißt, ob der Markt hier oben abprallt und die ganz kurzfristigen Trader vielleicht ein bisschen was nach unten traden. Das wird sich zeigen hier im Laufe des Tages. Mittelfristig auf alle Fälle hat der Markt das Potenzial, dann am Ende deutlich nach oben zu laufen. Ich muss mal kurz hier das wieder etwas rüber rutschen. Das verschiebt sich manchmal in den Schatz. Heißt also hier an dieser Stelle, wenn es nach oben geht, dann haben wir natürlich auch weiteres Potenzial oben hin. Erst einmal hier das Top aus dieser Bewegung 9.040 Punkte ungefähr. Da können wir hochlaufen für die kurzfristigen Trader. Hier haben wir auch noch ein paar schöne Tageshochs liegen, wo es mit ran laufen kann. Und dann weiter im Verlauf steht natürlich hier oben der hohe Widerstand bei 9.200 Punkten. Das ist ja eine Marke gewesen. Da haben wir hier ein paar Mal gesehen, dass sich der Index da oben die Zähne ausgebissen hat. Das ist auf alle Fälle dann wieder ein sehr, sehr interessantes Anlauflevel, was man in die mittelfristige Planung mit reinnehmen kann. Und dass Planung Sinn macht, haben wir auch gesehen, was hier passiert ist. Das also zum Schweizer Aktienindex. Schauen wir dann einmal weiter in den spanischen Markt rein. Der spanische Aktienmarkt, wir sehen es hier, ist, ich habe jetzt mal den Wochenchart hier offen, um einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen in die Betrachtung des Charts. Der Tagesschart sieht halt so aus. Hier unten sehen wir auch ein bisschen hin und her gezappelt. Das ist völlig normal, alles in Ordnung. Das hat uns untergeordnet halt natürlich auch gezeigt, hey, schau mal rein hier. Über die Stunde kann man von unten raus jetzt gut nach oben traden mit der Chance möglicherweise hier im Bereich untergeordneter Trends auf solche Marken hier drauf zu laufen. Das ist interessant. Im Tagesschart stehen wir jetzt auf die Oberseite hin. Und wenn wir das Ganze mal in Relation setzen zu dem, was wir in der Woche sehen, das ist das, was wir jetzt hier sehen. Ich klicke nochmal ganz kurz zurück in den Wochenchart hinein. Also das ist mal der Trendverlauf der Woche, den wir hier haben. Und hier den letzten großen Schub heißt also, ich zoome das mal ganz kurz rein. Also hier, das hier ist das, was uns die Richtung weiterhin vorgibt. Und das ist jetzt interessant und das ist, was mir gefällt, weshalb ich diesen Index heute mal auch mit reingenommen habe. Leider finden diese kleineren Indizes häufig viel, viel zu selten Beachtung. Die Leute gucken irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer nur auf den DAX oder auf die anderen großen Indizes in den US-Markten. Aber so nebenbei kann man hier mit den kleinen auch immer wieder sehr, sehr interessante Sachen machen. Deswegen haben wir hier bei Tickmel auch dieses weite Universum. Nutzen Sie das einfach. Es gibt so viele Chancen. Man muss nicht immer nur ein und dasselbe traden. Man kann natürlich, wenn man da sehr, sehr erfolgreich darin ist. Und gerade im Intraday Trading ist es natürlich gut, sich auf Kleinigkeiten, auf engen Titel, also auf wenige Titel zu beschränken. Aber diejenigen von Ihnen, die das vielleicht auch nebenberuflich machen, es macht Sinn, die großen und die kleinen anzugucken. Weil auch in den kleineren finden sich immer, immer wieder richtig geniale Setups. Und hier haben wir jetzt in der Woche eine feine Geschichte. Warum? Wir sehen es hier, was das Thema Trend angeht. Wir sind extrem weit in der Korrektur. Wir sind sehr weit hier oben ran gelaufen. Das Hoch hier in der Korrektur hatten wir bei ungefähr, ich glaube, das ist sogar das Wochenhoch, was ich hier getroffen habe. Ja, genau 9.261 Punkte ist das Top hier oben. Wenn der Markt darüber lupft, ist erst einmal mit diesem Wochentrend irgendwas nicht mehr in Ordnung. Das wissen wir an dieser Stelle mittlerweile schon. Das heißt, hier haben wir das Potenzial in zwei Richtungen. Potenzial Nummer 1, der Markt prallt ganz normal oben ab und läuft erst mal ein Stückchen tiefer. Das ist das Erste. Das Zweite, der Markt prallt nicht ab und läuft nach oben. Wenn er nach oben läuft, dann haben wir mittelfristig den Weg erst einmal frei hier oben bis zum nächsten Hoch um die Marke von 9.665 Punkten. Zwischendrin gibt es auch noch ein paar Wochen Hochs zum Anlaufen. Nach unten hin müssen wir einfach auch schauen, was ist denn interessant, wenn der Markt hier doch ein bisschen in die Korrektur reingeht. Da haben wir hier aus dem Trendverlauf des Tages, deswegen habe ich diese Linie hier magenta gezeichnet. Das sind zufälligerweise auch die Tiefs der Wochen, haben wir hier die Anlaufpunkte bei knapp 8.990 Punkten und 8.700 um die 46 Punkte hier auf der Unterseite. Auf dem Weg nach unten, wenn es doch dann wieder rumdrehen sollte und die Märkte deutlich gen Süden laufen sollten. Das also hier mit Blick nochmal in den Tageschat rein. Da sehen wir hier im Tageschat schön auch diesen Schwung hier nochmal hier dieses kurze Durchatmen. Also das Kurzfristige sehen wir schon schön nach oben laufen. Und wie schon gesagt hier das, was ich markiert habe, das sind halt die Swing Lows, die wir hier sehen. Das heißt das Swing Lows hier oben an dieser Stelle und das Swing Lows hier in diesem Bereich. Das sind dann gut und gerne auch mal Marken, die hier dazu genommen werden können, um das Ganze mit nach oben zu traden. Und wir sehen ja auch hier in diesem Bereich hier hatten wir das Top von diesem untergeordneten Trend, der sich hier gebildet hat. Das war der Bewegungstrend hier, was wir auf Tagesbasis gesehen haben. Der wurde hier wirklich auch rausgenommen. Da stehen wir jetzt drüber. Der Markt hatte, wir haben es hier gesehen, dieses Level nochmal leicht angelaufen, um dann nach oben zu drehen. Hier wird es jetzt wirklich spannend, dynamischer Tag nach oben. Der kann schon gut und gerne bedeuten, wir laufen mal dieses Top hier an. Also auch hier im spanischen Aktienindex für die kurzfristigen Trader im Intraday-Bereich. Da macht es auch Sinn, hier mal hinzuschauen, weil da ergibt sich doch durchaus die ein oder andere interessante Trading-Idee. Und damit gehen wir in den dritten Markt mit rein, ein Stück weiter weg von uns hier in Deutschland. Und zwar gehen wir hier mal in den australischen Aktienmarkt. Hinein, hier, wo haben wir ihn? AUS 200, das Kürzel hier, der ASX. Da haben wir ihn auch wieder schön im Tageschart. Und hier, ach, ich liebe es. Es ist einfach traumhaft zu sehen. Wir hatten hier auch sehr, sehr schön diesen Aufwärtstrend-Verlauf, der sich hier untergeordnet gebildet hat. Hat hier diesen Abwärtstrend, diesen, was ich hier eingezeichnet habe, diesen letzten Rutsch auch rausgenommen. Hier fließt auch wieder einiges zusammen. Das sieht man. Kurzfristig ist hier wirklich schön Dynamik auch nach oben drinnen. Hier hatten wir ein tieferes Tief. Hier hat man das Korrektur hoch. Hier das tiefste Tief aus diesem Abwärtstrend. Und der ist jetzt rausgenommen worden. Und hier haben wir schön diese Bewegung nach oben. Die hat jetzt die letzten beiden Tage korrigiert. Und hier sehen wir schon, was jetzt passiert. Gestern, also am Mittwoch gab es hier diese Unanschlossenheit. Gestern lief der Markt hoch. Jetzt wird das ganze Ding auch weiter bestätigt. Das heißt, für den kurzfristigen Trader könnte es interessant sein, mal zu schauen, was der Markt hier macht. Ob hier Dynamik reinkommt, kann man das gut und gerne nutzen mit dem Fokus auf die Marke hier oben. 5.945 Punkte. Ich zoome das mal kurz etwas näher ran, damit man das Ganze leichter lesen kann. Das heißt, hier können wir durchaus in die Tageshochs reinlaufen. Das kann dann unter Umständen Dynamik bringen. Und das Ganze nach oben laufen lassen, nach oben schieben, wenn die Märkte hier heute auch weiterhin positiv tendieren. Andererseits könnte es natürlich auch passieren. Und das ist das, was wir hier sehr, sehr schön beobachten können. Wenn hier oben um diese Marke erstmal wieder ein bisschen schwächer reinkommt und der Markt nach unten abdreht, dann könnte es auch sein, dass wir hier etwas korrektive Phases sehen. Da ist es halt wichtig, dass der Markt hier oben drüber bleibt. Über diesem Low, was wir haben bei der Marke von ungefähr 5.820 Punkten. Was ist das Low hier? 8.519,82. Also knapp die Marke von 8.520 Punkten. Das sollte drüber bleiben. Dann wäre dieses Szenario mit einem direkten Hochlauch auch immer noch da. Ansonsten wird es tiefere Korrektur geben. Kurzes Anlauflevel dann natürlich hier dieser Ausbruchsbereich hier oben bei knapp 5.800 Punkten. Als dieser Trend hier drüben gebrochen wird, dieser Abwärtstrend. Oder aber dann nach unten halt, wie schon gesagt, hier haben wir wieder ein paar interessante Tagestiefs liegen um die Marke von 5.755 hier in diesem Drehrum, wo ich mit der Maus gerade bin. Es kann auch tiefer korrigieren. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie sich die Märkte halten. Aber aktuell sehen wir ja noch relative Stabilität auf den höheren Niveaus. Das ist interessant zu sehen, weil die großen Indizes sind hier auch an Marken herangelaufen. Wo man sagen kann, okay, der Markt scheint jetzt das Schlimmste nach unten hin erst einmal kurzfristig verdaut zu haben und erst einmal wieder nach oben zu schreben. Wie nachhaltig und lang das dauert, werden wir sehen. Kann uns Tradern ja auch relativ egal sein. Hauptsache es kommt Bewegung in den Markt. Aber wir sollten uns natürlich nicht verwehren, solche Dynamik auch für das eigene Trading hier mit zu nutzen an dieser Stelle. Also das hier zu den aktuellen Handelsideen für den heutigen Tage. Wie schon gesagt, wer Fragen dazu hat. Allerdings sehe ich gerade keine in den einzelnen Chats. Nicht scheu sein, bitte direkt auch nachschauen. Hier also das zu den heutigen Charts aus den Handelsideen. Schauen wir dann auf die nächsten Punkte im Webinar. Hier heute die große Schau über die Termine der nächsten Woche. Diese Woche hatten wir eine verkürzte Handelswoche in den USA. Nächste Woche ist wieder alles in Ordnung. Die Termine der kommenden Woche habe ich auch zwei gezeigt, weil es wirklich so viele sind. Wir bekommen am Montag aus den USA das Conference Board Verbrauchervertrauen. Also auch wichtige Daten hier von der Seite aus den USA. Dann ist am Dienstag auch noch offen. Es gibt eine Parlamentsabstimmung. Wieder mal eine Abstimmung über das Thema Brexit. Mal gucken, wie lange uns das Thema noch begleiten wird. Ja, im März ist ja eigentlich offizieller Austritt geplant. Also es bleibt hier spannend, was passiert. Am Mittwoch wird das Thema Arbeitslosenbeschäftigung in den USA, also ADP-Beschäftigungsänderung in den USA wieder interessant. Wir bekommen am Mittwoch auch das Bruttoinlandsprodukt der USA, das Thema schwebende Hausverkäufe. Wir bekommen wieder die Rohöl-Lagerbestand und wir haben wieder Zinsmittwoch. Das heißt FOMC-Statement und den Zinsentscheid der FED, das gibt es dann nächste Woche Mittwoch. Ich bin gespannt, was hier erklärt wird und wir an den Märkten daraus auch lesen können. Dann gibt es hier weitere Sachen noch am Donnerstag. Da bekommen wir Informationen aus China. Das immer wieder in der Nacht. Aber China rückt jetzt auch immer mehr in den Fokus. Thema Wirtschaftswachstum und so weiter und so fort. Handelsbeziehungen mit den USA. Das hat ja alles Einflüsse und wir müssen halt auch darauf achten, wie sich die Lage in China sozusagen ändert oder, sage ich mal, verhält. Warum? Weil das auch für den deutschen Export sehr, sehr, sehr wichtig ist. Deswegen sind diese Daten aus China wichtig. Deswegen nehme ich die hier in die Wochenplanung auch immer noch mit auf. Aus Deutschland bekommen wir dann die Veränderung der Arbeitslosigkeit. Am Donnerstag und am Freitag gibt es dann aus China noch mal ein bisschen was zum Thema Einkaufsmanagerindex. Und dann um 9.45 Uhr aus Deutschland auch den Einkaufsmanagerindex. Das gleiche dann am Freitag auch noch aus Großbritannien. Und in den USA ist Freitag hier wieder Non-Farm-Payroll-Day. Das heißt, wir bekommen hier die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Thema Arbeitslosenquote und aus den USA auch noch den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Also die nächste Woche wieder picobello vollgefüllt mit ganz wichtigen Terminen, die wahrscheinlich ordentlich Bewegung in die Märkte reinbringen. Die Detailsplanung, das machen wir alles wieder in den einzelnen Besprechungen für die Handelstage in der nächsten Woche. Und damit würde ich sagen, gehen wir weiter wieder zurück in die Charts. Hier an dieser Stelle haben wir jetzt die Zeit, um mal die großen Indizes zu checken. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal wieder rein in die Tagescharts und schauen einfach mal, was hier aktuell los ist. Ich habe hier gerade mal wieder den japanischen Index auf der Uhr. Den haben wir ja immer wieder gehabt im japanischen Aktienindex. Wir gucken hier mal ganz kurz ins große Bild der Woche, einfach um mal ein bisschen Ruhe mit reinzubekommen. Und hier sehen wir halt in der Woche hat sich im Vergleich zur Vorwoche nicht wirklich viel geändert. Wir standen hier in der Vorwoche ja im Hoch, das haben wir ja gesehen, bei knapp 21.000 Punkten. Diese Woche war eine reine Inside Week. Wir haben also übergeordnet hier, wenn wir uns das Gesamtbild mal anschauen, weiterhin die Phase laufen, dass das, was wir hier gesehen haben, also diesen Trendschub nach unten, dass das weiterhin auch intakt ist. Das heißt, hier lief der Markt deutlich runter und ist jetzt einfach erst einmal nur in einer Korrektur, allerdings in einer interessanten Situation. Wir haben hier drüben den Bereich um die Marke von, was haben wir hier, was ist das Low, hatten wir hier ungefähr. Na, ich hänge einfach mal ein Preisschildchen dran, bevor wir hier groß rumraten. Also wir haben hier die Marke von ungefähr 20.800 Punkten, wo wir jetzt wieder reingelaufen sind. Da hält sich der Markt momentan auf. Interessant wäre es zu sehen, wenn er wirklich drüber strebt und sich darüber hält. Das wäre sehr, sehr gut. Nicht so gut wäre es, wenn wir einen Abprall bekommen. Das heißt, das würde uns zeigen, wir laufen hier erst einmal wieder runter und drehen wieder in Richtung dieses übergeordneten Wochenabwärtsschubs, den wir hier haben. Das mittelfristige Bild ist also dieses hier nach unten. Das längerfristige Bild zeigt uns halt auch an, wir haben diese Marke hier unten rausgenommen. Dieses Level hat der Markt ja definitiv durchbrochen hier an dieser Stelle. Ja, und da muss man einfach sagen, da ist jetzt dieser langfristige Aufwärtstrend erst einmal rausgenommen worden. Das heißt, hier müssen wir wirklich erst einmal sehen, wie das Ganze weiterläuft. Solche Aufwärtsdynamiken, wie jetzt, sehen wir immer wieder in abwärtsgerichteten Märkten. Ich möchte jetzt hier nicht pessimistisch klingen, sondern einfach nur das aktuelle Bild auch mit einschwenken lassen in die genaue Planung, die wir hier machen. Das heißt, optimistischerseits ist es überhaupt kein Problem, dass wir schön weiter nach oben laufen. Wir sehen ja auch, wie bullisch diese aktuelle Woche wieder läuft. Das heißt, wir bewegen uns zwar momentan hier innerhalb der Kurse der letzten Vorwoche sozusagen, aber wir haben das, was diese Woche abverkauft wurde, alles wieder hochgekauft. Und das ist hier, was wir sehen, beide Dips sozusagen in der Woche. Das zeigt uns schon, der Markt will eher nach oben. Das ist vielleicht ein Paradigmenwechsel, der sich hier auch andeutet. Und das kann gut und gerne auch noch eine ganze Weile so weitergehen mit Blick auf diesen Abwärtstrend. Es ist ja überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass man sagt, das technische Sicht der Markt, der kann sogar ein bisschen hoch korrelieren. Da haben wir Trader ja eine Menge, Menge Potenzial, was wir verdienen können. Und da können wir uns sehr, sehr schön am Tagesschart auch daran orientieren, was hier los ist und wie wir nach oben laufen können. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an im Tagesschart, welche Chancen sich da momentan auch bieten. Also wie schon gesagt, hier haben wir ja die Woche, habe ich hier noch mit eingedietert, hier läuft. Was wir hier schön sehen, untergeordnet natürlich, hier ging es ordentlich nach oben. Dann haben wir untergeordnet einen Trend, der hier nach oben läuft. Untergeordnet meine ich mit Bezug auch auf das, was wir hier vorher sehen. Und da sehen wir halt jetzt schön den Markt nach oben laufen. Wir sehen hier auch immer mal einen leichten Korrekturzacken drinnen, der dann wieder hochgekauft wird. Und das, was wir hier jetzt sehen, rein aus Sicht des Händlers, wenn man diesen Trend hier für sich auch bestimmt. Wir sind aktuell hier in der noch korrektiven Fahle, aber wir drehen schon wieder nach oben um. Und das ist doch das Schöne, was wir hier sehen. Das heißt, hier haben wir doch durchaus die Chance, jetzt nicht nur den Angriff auf die knapp 20.800 Punkte Marke zu sehen, sondern wir haben die reale Chance, dass der Markt weiter nach oben läuft und diesen Trend hier auch über dieses wichtige Level hin fortsetzt. Das wäre erst mal ein sehr, sehr, sehr deutliches Zeichen. Diejenigen, die hier auch genau hinschauen, die werden sehen, da oben ist ein Marker, da ist ein Zacken. Da hat der untere Trend, also das, was wir jetzt hier sehen in diesem Bereich, um die knapp 21.900 Punkte, da hat der Markt mal inne gehalten und dann ist er wieder runtergelaufen. Und wenn sowas hier auch rausgenommen wird, das ist halt auch ein interessantes Zeichen, wo man sehen kann, da kommt Stärke rein, da läuft der Markt nach oben. Man muss aber auch aufpassen, hier kann halt auch Korrektur kommen. Das planen wir einfach. Das sind natürlich die interessanten Sachen, die wir hier sehen können, wo wir unsere Trades mit reinlaufen lassen können. Das hier zur Lage im japanischen Aktienindex. Dann würde ich sagen, schauen wir mal in den US-Markt rein. Hier nehmen wir uns wieder den S&P 500 als mustergültige Variante für den US-Markt. Und im US-Markt, da hatte ich ja auch schon mal gesagt, die Gesamtlage ist hier übergeordnet nach unten laufen. Das ist ähnlich, wie wir das gerade gesehen haben. Eine wichtige Marke haben wir hier drinnen, um den Bereich von 2.000 hier unten. Ich schiebe es gleich mal rein. Hier dieser Bruchbereich, den wir hier unten hatten, die Marke von 2.600 Punkten, die haben wir jetzt zurückerobert. Hier haben wir auch schön gesehen den Schwung von unten nach oben. Das heißt hier diesen Trend, der sich hier untergeordnet gebildet hat. Das können wir als aktiven Trader alles hervorragend zum Handel nutzen. Hier gab es mal auch hier diesen ganz leichten Zacken. Danach lief der Markt wieder einfach weiter nach oben hier. Und dann stehen wir hier in korrektiver Phase. Und jetzt sucht der Markt so ein bisschen auch seine Richtung. Aber er trendiert heute auch ein bisschen höher. Das heißt, wir sehen jetzt hier über die Stunde, wenn wir uns hier mal die Stunde anschauen und uns sagen, okay, was passiert denn hier jetzt, wenn wir aus diesem Schub heraus raustraden wollen. Wir haben dann nach oben hin die nächste Marke liegen, die als Widerstand gelten könnte hier. Das war dieser Schwung hoch um die Marke von knapp 2.600 und knapp 90 Punkte hier oben in diesem Bereich. Hier könnte also ein Widerstand liegen. Nach unten oder von unten heraus für die kurzfristigen Trader wird es natürlich interessant. Hier liegen ein paar Tageshochs und hier haben wir an der Stelle noch das Swing hoch liegen. Also hier an dieser Stelle. Das sind interessante Marken, wo wir ran laufen können. Nach oben hin ist das Potenzial weiter offen. Wenn wir uns das Thema in der Woche anschauen, hier ist natürlich in der Woche einiges kaputt gegangen. Wir haben jetzt hier von unten heraus, wir sehen das einfachen V nach oben geschoben. Das heißt, der Markt ist hier in den wichtigen Korrekturbereich reingelaufen, in den Widerstandsbereich hier unten um diesen Markt. Ich ziehe es mal ganz kurz rüber hier in diesen Bereich herein. Das ist so dieser Schwungbereich gewesen hier, wo wir so ein bisschen Ausbruch auch aus dem alten Rückläufen bekommen haben. Manchmal orientiert sich der Markt daran, manchmal nicht. Das muss man live entscheiden. Aber jetzt haben wir ja den großen Vorteil, wir können die Historie sehen. Was wir hier also sehen, ist jetzt, wir haben jetzt hier in diesem Bereich wieder auch eine weit, weit gelaufene Korrektur im übergeordneten Bild. Heißt nicht, dass das Ding zu Ende geht. Das kann auch wirklich sehr, sehr schön hochlaufen. Und wir haben hier noch einiges an Potenzial nach oben da. Das ist also alles überhaupt kein Problem. Das ist also hier mal die Tendenz der Woche. Und das ist halt das, was wir hier sehen im Tag. Der Markt, der läuft hoch. Und wer sich jetzt hier beispielsweise den Tag nimmt und sagt, ja, okay, wir haben ja noch genügend Platz nach oben. Wir können ja hier weiterlaufen. Wir haben jetzt untergeordneten Trend. Den nehme ich erstmal als Richtungsweiser. Hier haben wir kurzfristig ein paar interessante Marken, wo wir ranlaufen könnten. Hier oben haben wir das nächste, ja, sag ich mal, den nächsten Bereich, der extrem wichtig ist. Weil wenn der überschritten wird hier oben, dann zeigt uns der Markt hier auch, ha, jetzt geht es weiter hoch. Wir ignorieren solche Levels, wo wir hier ranlaufen könnten. Also hier oben in diesem Bereich, der ist halt wichtig. Da hat der Markt immer wieder hin und her getingelt, die Marke von ungefähr 2800 Punkten. Da klebe ich auch mal kurz ein Preisstück dran. Also hier, das ist der Bereich um die 2800 Punkte Marke. Da hat der Markt lange gebraucht. Und wenn so ein markantes Level auch rausgenommen wird, das hat dann schon eine ordentliche Marktbedeutung. Und das ist halt wichtig an dieser Stelle, dass man sowas gut und gerne liest, die kurzfristig traden. Und hier mit Blick auf den S&P 500, vielleicht auch mit dem Blick ins Freitagstrading rein, bleibt diese Dynamik rauf. Gucken wir mal kurz in die Stunde. Die Stunde ist nämlich mittlerweile wieder nach oben trendierend. Hier haben wir es gesehen. Aber wir stehen noch nicht hier drüber. Das heißt, was wir hier sehen, sind ja wichtige Level. Ich zeichne den Rest mal ein. Wir hatten hier das Thema der Korrektur und hier hatten wir nochmal ein neues Tief an dieser Stelle gemacht. Und jetzt bildet sich hier oder hat sich hier untergeordnet, das sehen wir ja hier, hier gab es den Schub nach oben. Dann gab es die korrektive Phase und hier hat sich jetzt untergeordnet ein Trend gebildet, der nach oben laufen will. Und das, was wir jetzt hier sehen, das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil das ist so ein kleiner, sag ich mal, Seitenschwungarm. Das kann sich so zu einem Round Top ausbilden, äh, Round Bottom ausbilden, hier an dieser Stelle und dann nach oben brechen. Und das ist dann natürlich obergeil. Entschuldigt diesen Auszug, aber das, wenn man sowas sieht, das ist immer richtig genial zum Schraden. Weil wenn wir dann aus dieser leichten Seitwärtskorrektur nach oben wuppen, hier Hochpunkt, 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 da haben wir doch deutliches Potenzial nach oben, wenn die Dynamik nach oben weiterschießt. Wenn er es nicht macht, so what, wir können uns eng absichern, ähm, ist dann auch egal, aber hier kann ordentlich Bewegung reinkommen und den Markt schon schön nach oben schnäpsen lassen. Das müssen wir nur einfach erst einmal abwarten, was wir hier dann machen. Das heißt, hier oben ist Widerstandsbereich momentan da, ja, aktuell wirklich auch, aber das Sammeln unter diesem Bereich und kein großer Abverkauf, das könnte auch bei guter Marktlage, bei weiter positiver Börsenstimmung ganz fix dazu führen, dass wir hier nach oben rauslaufen und im kurzfristigen Bereich auch schöne Anlaufmarken suchen können. Das hier zu sehen momentan im Stundentrend des S&P 500. Und mit diesem engen, mit diesem sehr, sehr marktengem Blick hier im S&P 500 wechseln wir mal in den deutschen Aktienmarkt rein. Hier der DAX wieder auf der Uhr. Wir haben es hier sehr, sehr schön auch zu sehen, wenn wir uns mal den Tagestrendverlauf anschauen. Das mache ich gerne auch mal in der Markierung hier. Das letzte Stück davon auch mit einzuzeichnen, heißt hier Korrektur, hier das Hoch gehabt, dann unten runter nochmal ein Stück Neues tief gemacht im Trend. Und jetzt, und das ist echt genial, der DAX hat es gepackt, sich über dieser Marke zu etablieren. Hier hat nochmal kurz korrigiert nach unten und gar nicht so tief, das ist auch ein Zeichen von Stärke. Hier schön auch ein Dreieck gemacht und dann nach oben gelaufen. Und das ist echt geil, was wir hier sehen. Runter, Umkehrmuster in der Stunde gesehen, zack, läuft das Teil nach oben. Und ich hatte es ja diese Woche gesagt, was wir hier auf Tagesbasis sehen, das können wir sehr, sehr schön in der Stunde auch sehen. Das heißt, das, was hier nach unten lief, die Umkehr der Stunde, die konnte man gut dazu nutzen, um hier den Entry auch zu finden. Es ist Wahnsinn, was hier abgeht. Was haben wir? Wie spät haben wir es jetzt? 9 Uhr Markteröffnung. Es ist irre. Es sieht so aus, als wenn wir hier wirklich wieder oben drüber schieben und das Hoch, was hier oben drauf ist, gleich mit wuppen. Und wenn wir das jetzt hier mal in der Stunde sehen, dann sehen wir auch die interessante Stelle, die für das kurzfristige Trading auch immer wieder interessant war, beziehungsweise auch für das mittelfristige, für das Swing Trading. Und zwar ist der Markt, auf den wir hier schauen müssen oder die Marke, auf die wir hier schauen müssen, dieses Level, was wir hier oben liegen haben. Also dieser Bereich, das war ein Korrekturhoch. Und wenn das rausgenommen wurde und hier hat der Markt ja schon mal nach oben getrendet und dann hier aufwärtstrend gebildet, tief korrigiert und dann hier oben drüber geschoben, an diese Linie ran, hier nochmal Korrektur und dann drüber gewuppt. Und das ist das, was wir sehen wollen. Untergeordnet sehen wir den Aufdruck nach oben, immer noch hochvolatil, große Unsicherheiten, aber immer wieder beide Dip haben wir hier im Markt gesehen. Wieder tief runter und hier konnte man unten drunter auch wieder schön einstecken. Und jetzt sind wir hier in der Stunde drüber. Das heißt, wir haben den Abwärtstrend der Stunde definitiv rausgenommen. Das ist für die Swing Traders sehr, sehr interessant zu sehen. Und hier sehen wir jetzt, der Markt trendiert weiter schön nach oben. Hier auch leichte Seitwärtskorrektur rausgeschoben nach oben hin. Also das sind die Marken, die wir hier sehen, was uns der DAX-Chart hier sehr, sehr schön auch anzeigt. Und mit Blick in den Tageschart hat sich die Situation jetzt halt auch geändert. Wichtige Level, die oben dran liegen, sind dann hier selbstverständlich, selbstredend. Das, was wir auch sehen hier in diesem Bereich an der Stelle und an der Stelle. Also das heißt, wenn wir sehen, das, was hier oben nach läuft, das sind natürlich Marken, wo gut und gerne auch Kauforders warten können. Das heißt, was wir hier mittelfristig sehen können bei weiter ansteigender, positiver Dynamik, das sind einfach knapp mal die Marken, die ich hier einfach ranlege. Das ist jetzt nicht genau auf den Punkt gelegt, das ist einfach nur knapp rangelegt. Nur, dass jeder sehen kann, was ich damit meine, wo potenzielle Anlaufpunkte nach oben hin auch sind, wenn sich das Ganze fortsetzt. Also hier, was wir hier sehen, auch wirklich hervorragend, wie die Dynamik momentan nach oben läuft. Also das Bild hier auch wirklich sehr, sehr schön nach oben mit aufgesetzt. Und das ist halt das Positive, was der Markt momentan spiegelt. Wir bekommen auch immer mal wieder positive Nachrichten aus dem Thema Handelsstreit mit China. Interessant, wirklich sehr, sehr feine Dinge, die wir erfahren können. Cool war halt wirklich, wir haben diese Woche Augenzeugenberichte hier gehabt. Wir haben live gesehen, wie die 11.000 Punkte Marke geknackt ist und da hat der Markt ja nicht aufgehört. Also wirklich, es macht unheimlich viel Spaß zu sehen, wie schön der DAX die Richtung gewechselt hat und dynamisch auch sehr, sehr schön nach oben mit läuft. So, das also zu den großen Indizes. Und dann würde ich sagen, schauen wir nochmal eben kurz in den Ölmarkt rein. Da hatte ich ja diese Woche auch ein kleines Update gebracht. Hier sammeln wir uns weiterhin unter der wichtigen Marke von 55, also hier dieses Korrekturhoch, was wir gehabt haben an diesem Abwärtslauf. Da war das hier oben ja eine Marke, da hat der Markt kurz inne gehalten und jetzt sammeln wir uns hier drunter. Also hier dieses Hoch, diese Marke von etwas unter 55, 54, 50 in diesem Bereich. Da sammeln wir uns aktuell drunter. Hier gab es ja diesen Swing, die Stunde ist schon wieder aufwärts gerichtet. Also es bleibt hier interessant, wenn wir das oben rausnehmen, dann haben wir schon Chancen weiter nach oben zu laufen. Aber gestern gab es vom Ölmarkt nicht ganz so gute Nachrichten. Wir können mal ganz kurz schauen, hier Wirtschaftskalender. Wir hatten ja gestern gesehen, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, Ölmarktbericht. Hier, wir hatten eigentlich mit einem Rückgang geplant und dann kam es doch einen deutlichen Zuwachs in den Rohöllagebeständen. Gut, das war jetzt einmal, muss man sehen, wie sich das nächste Woche verhält. Aber wenn sich dieses Bild wieder rumdreht und die Rohöllagebestände wieder weiterhin deutlich anwachsen, dann wird das, glaube ich, für den Ölpreis nicht ganz so gut sein. Könnte auch sein, dass dann die Indizes wieder runterdrehen. Das sind so die Korrelationen, auf die wir immer wieder achten müssen. Und wenn wir das sehen, macht es natürlich auch Sinn, aus korrelativer Sicht zu sagen, wenn die Aktienmärkte wieder runterlaufen, auch das etwas Planung für die nächsten Tage. Dann sollte man einfach mal schauen, wie sich hier der Goldpreis verhält. Das heißt, wir sind ja hier von den Hochs etwas zurückgekommen im Goldpreis in der Korrelation mit den ansteigenden Aktienmärkten. Und immer dann, wenn die Aktienmärkte stark gestiegen sind, ist der Ölpreis gefallen. Wenn die Aktienmärkte fallen, dann steigt der Goldpreis auch mit an. Wir sind ja hier jetzt im Goldchart. Das muss man korrelativ einfach mal sehen. Auf alle Fälle haben wir hier in diesem Markt im Gold auch gesehen, hier unten das Low dieser Kerze. Wir haben ja immer noch diesen Schwankungsbereich von diesem Außenstab. Da sind wir weiterhin drin. Das heißt, das ist hin und her getingelt. Hier will der Markt nicht runter. Ich denke, wenn die Aktienmärkte etwas korrigieren, könnten wir hier Markt nach oben sehen. Wenn die Aktienmärkte extrem bullisch weiter nach oben laufen, vielleicht ein Bruch dieser Marke. Also auch hier bleibt das Ganze live drauf. Ich schaue mir das Ganze auch an. Vielleicht wird das hier im Gold auch eine Handelsidee. Für den Beginn der nächsten Woche müssen wir mal schauen, was sich hier an dieser Stelle in diesem Markt auch ergibt. Und dann hatte ich ja versprochen, wir schauen nochmal eben in den Euro rein. Im Euro hat es ja gestern ordentlich Bewegung gegeben. Ich weiß nicht, wer das Ganze geschaut oder gesehen hat. Es war herrlich, was zu sehen. Diese hohe Volatilität im Markt um die EZB-Konferenz ringsherum. Es ist einfach herrlich. Am Ende hier im Tagesschart hat sich einfach nur bestätigt, was wir hier die letzten Tage auch schon gesehen haben. Der Markt ist hier schwach, ist wieder nach unten mitgelaufen. Also es ist weiterhin interessant, wie sich der Markt verhält. Für kurzfristige Trader ist das natürlich immer interessant, von diesen hohen Volatilitäten zu profitieren. Aber hier kann man ganz viel daraus lernen, was der Markt in solchen Situationen macht, wenn solche Nachrichten auch rauskommen. Wir hatten ja gestern 13.45 die Zinsen bekommen. Ja gut, die haben sich nicht verändert. Danach die Pressekonferenz. Also Zins ist gleich geblieben. Peng, schoss der Markt nach oben. Danach die PK, zack, nach unten. Und das ist halt immer interessant für diejenigen, die das eng betreuen. Wenn wir hier sehen, die Stunde lief hier wirklich sehr, sehr weit nach unten. Hier oben, schaut euch das mal an. Hier oben war ein Bereich, und das sieht man wirklich sehr, sehr oft, der als Widerstand gelten kann. Weil hier hat sich dieser Abwärtstrend oben rum gebildet. Der dann diese ganze Geschichte hier wieder nach unten gebracht hat. Das hat der Markt einfach angelutscht und ist dann komplett nach unten rumgedreht. Und hat also hier Volatilität, neues Tagestief geschrieben, wieder Richtung Tageseröffnung herangelaufen, um dann am Ende hier ein neues Tagestief zu markieren. Und aktuell sehen wir die Gegenbewegung zu diesem Schub nach unten. Es bleibt also interessant, hier zu sehen, was los ist. Und wir sehen halt hier auch diese spikigen Bereiche. Also das ist schon hochinteressant, hier die hohe Volatilität zu sehen. Das ist ein Markt, der momentan für sehr aktive Trader sehr, sehr gut zu traden ist. Und die anderen, die hier am Rande das Ganze zwischenzeitlich über die Swings betreuen wollen, die gucken einfach in die Stunde rein und warten ab, was der Markt macht. Und können dann, wir haben hier momentan den Abwärtsdruck wieder da, in Richtung dieses Trends auch traden. Das heißt, was wir hier sehen, ist jetzt die Korrektur. Und wenn das Bild rumdreht, dann kann man gut und gerne auch davon ausgehen, dass sich dieser Trend erstmal nach unten fortsetzen kann. Die Wahrscheinlichkeiten haben wir da auf alle Fälle definitiv auf der Uhr. Gut, also an dieser Stelle sind wir mit der Besprechung der großen Indizes auch durch. Und hier geht es jetzt weiter mit etwas Edukation. Ich mache hier im Facebook kurz eine Unterbrechung der Aufnahme. Das heißt, der Stream bleibt hier im Facebook weiter offen. Für diejenigen, die den edukativen Part separat sehen möchten, mache ich eine zweite Aufzeichnung. Und danach stelle ich diese Aufzeichnung auch wieder hoch in den YouTube-Kanal von Tickmill, damit wir das Thema auch im edukativen Markt immer wieder zur Anschauung bereitstellen können. So, kurzen Augenblick bitte. Ich klicke bloß mal kurz rum, stoppe die Aufnahme und dann geht es gleich weiter nach dem Schluck Wasser.